Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von GIKO Mit dem lieben Wolle Und dem lieben Lachdorf Viel Spaß Ja, liebe Leute, da sind wir wieder, natürlich ich und der liebe Wolle Hi Wolle, wie geht's dir? Wie geht's, Zeit geht's mir gut Zeit geht's dir gut, dass ich schön Schauen wir mal, dass das heute in der Aufnahme auch so bleibt Und natürlich hoffentlich noch länger Aber hier im Spiel fühlst du dich auch wohl mit deiner neuen Axt Was hat jetzt, der Eisenachst, gell? Ja Was machst du gerade mit der Eisenachst? Holzfällen Wo? Zwischen Zwischen Wüste Und mein Haus Und die Industriegebiete machen wollen Genau, die Zuschauer wissen ja, wir wollen da hinten unsere Flickgebäude, Flickgelände hinbauen Da ist der Wolle am Start und bereitet alles vor Nachdem er ja die Straße schon so toll gemacht hat Und die zwei Tunnel Macht er jetzt gleich Erdboden platt Beziehungsweise die Bäume erstmal weg Und dann komme ich mit meiner Sense und mache den Rest sauber Und dann geht's ans Pflasterstein verlegen Ziegelstein Klein Ziegel Ja Ich habe mir überlegt, ob man die Ziegelreihe nicht doch woanders hin machen Und dann geht's noch Auch bei dir Da hinten wollen wir die Steine verarbeiten Weil du hast ja schon so viel durch die Steine Die Eisenverarbeitung Na gut, wir legen ja nachher die Eisenverarbeitung wieder Wollen wir da hinten dazu So So Ich komme Erst mach mal schnell was Ich brauche Man Oh Okay Und dann brauche ich jetzt noch viel Lieber Wolle Ich komme jetzt zu dir Du bist herzlich willkommen Ja, okay Ich habe jetzt hier die zwei Lager leer gemacht Was also jetzt hier oben Auf alle Fälle jetzt schon drei Lager Hier mit Holz füllen Bei dir Ich gucke mal auf der Anhöhe Weißt Achso Hier oben die Lager Ich schau mal was ich hier hinten noch mitnehmen kann Brauchst du noch ein paar Steine Nein Dann mache ich mich wieder auf den Rückweg Und schon bin ich wieder daheim Was für Turbogan Was heißt Turbogan Das dauert schon ungefähr eine Minute Hier zu mir oder von mir zu dir So Schmeiß mal was aus hier Ich glaube Ich glaube Ich glaube er braucht schiefer jetzt kommt man zu dir schiefer und aber auch wenn du hier kommt gerne mit holz mit bringen machen und um sandhammer danke Troll Geht viel Nach und rein Irgendwo habe ich dir was hingelegt Alter Mann Ich hatte dir nämlich einen Kamin gemacht Ich glaube ich habe die nach Hause gebracht Genau Genau Zweiter vorn Dritter Ich habe da schon zwei Eigentlich vier Weil Plax hat ist ja quasi auch mein vorne Plax hat Plax Ich bin jetzt Ich habe jetzt die Toilettenfähigkeit Stufe 6 Rotterie 6 Ich fahre das Holz weg Und kriege auch eine kleine Muskura Kannst du das Dein Abschauer Kannst du hier vorne das Holz abladen Und von da schief er nach oben Der gleich gegenüber vom Holz Ja Was du vorne lagern kannst ist umso besser Ich finde die blauen Steine haben wir ja gut verteilt Über Aber hat sie alles auslegen Schiefer Das ist ja wo sie schiefer haben Im Haus Von der Die ersten zwei Lager Erste Lager von Auch gleich Holz Mit Okay Mit Ich gehe auch gleich rechts hin Das Holz Ich hole die Schiefer Ist das Holz schon abgelagert? Ja Auch gleich Holz mit vorgebracht Ich gehe auch nach oben Ganz vorne Ganz von Am Haus Für alle da Schiefer Nachdem wir die Lager bei dir angeordnet Dann bin ich wieder zurück Schiefer dabei Hoffentlich ziehe ich mir jetzt keinen Schiefer ein Ha 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 Der war flach Aber ab und zu Darf ein flacher auch sein Aber sicher doch So Was legst du hinterm Haus Auf das Lager Erz Lager Oh Ich habe es bei mir so hingelegt Der ist ganz oben Ist aber bei dir wird es wahrscheinlich Ganz Passalt Schiefer Ja Hallo Hallo Nachändern Hinterm Haus Ganz hinter Der zweiten Ich habe gesehen Du brauchst zwei Upgrades Und was ich dir sagen wollte Tu bitte mal in deiner Schneiderei Ich habe in der Schneiderei Hast du schon drin Aber in deinen beiden Tischlereien Bitte mal das Upgrade Auffrischen Du hast nur noch das Basic Upgrade Stufe 4 drin Kannst aber auch ein Äh Was heißt Tischler Kannst ein Tischler Upgrade rein machen Machst du noch mehr Ich meine Dies und das Loch Was suchst du Zu essen Das ist drin im Haus Nee Nee Nichts essen Ich suche Wie nennt sich das Späne Das ist drüben bei den Steinen Gibt es direkt vor den Steinen Vor dem Granit Lager Gibt es eine Kiste Die heißt Jens Spahn Hackelhalter hier Darfst du gerne alle Schon wieder so Was zu essen Komm noch mal Mit der Ruhr Spahn War nicht so einfach Weil du hast ja nichts Wäre ja schön Wenn es rotes einzeln gibt Termine Fette einzeln gäbe Ja Gibt es aber nicht Das ist viel einfacher Du könntest ja nun mal so nebenbei Mal wieder Noch mal fünf Engineering Search Paper Advanced Anschieben Leider nicht Nein Das stimmt Da braucht du Liegende Techniken Heißt also noch mal Zehn Windräder Und zehn Wasserräder Und zehn Wasserräder